Der Dschungel ist heute in höchster Alarmbereitschaft. Dank dieses seltsam aussehenden Vogels. Der riesigen Harpie. Mit einer Spannweite von zwei Metern fliegt sie durch dichte Baumkronen. Die zehn Zentimeter langen Krallen sind so groß wie die eines Grizzlybären. Sie eignen sich perfekt für einen ganz bestimmten Zweck. Natürlich tötet die Harpie nicht ohne Grund. Das Küken ist erst wenige Wochen alt. Es ist bereits so groß wie ein Huhn. In etwas mehr als einem Jahr wird es so groß sein wie ein Bernhardiner. Wahrscheinlich könnte es sogar einen verschlingen.